Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Und jetzt möchte ich nochmal hinweisen, dass wenn ich irgendwelche Fehler mache, dass ich versuche, diese Fehler entweder zu löschen oder in der Beschreibung das zu korrigieren. Und dann versuche ich das auch noch, das im nächsten Unterricht wieder zu erzählen. Und im letzten Unterricht hatten wir das Thema, wo Imam Malik gesagt hat, wer im Ramadan oder während eines für ihn anderen verpflichteten Fastens aus Gedankenlosigkeit oder aus Vergesslichkeit isst oder trinkt, muss an seiner Stelle einen anderen Tag fasten. Als erstes fangen wir mit dem Masab von Hanafi an. Bei uns ist das so, dass Sahi, Gedankenlosigkeit, bedeutet eigentlich Vergesslichkeit. Also es gibt keinen Unterschied. Und deswegen, wenn jetzt hier Sahi und Nasi zusammen erwähnt werden, das bedeutet, Sahi muss eine andere Bedeutung haben. Und somit sagen wir, dass Sahi hier aus fälschlicher Weise gemeint ist. Jetzt nach Hanafi, wenn jemand aus Gedankenlosigkeit, also als Fehler, zum Beispiel, er macht Wudu. Und beim Wudu hat er seinen Mund gespült und beim Mundspülen hat er ein wenig, oder ist ein wenig Wasser eingedrungen. Das nennt man sowas, also das nennt man aus Fehler. Wenn das passiert, muss er einen Tag wiederholen. Bei Vergesslichkeit muss er nicht wiederholen. Jemand hat gegessen im Ramadan und plötzlich hat er sich bemerkt, oh, ich faste. Sei es in Ramadan oder sei es außerhalb Ramadan. Dann fastet er weiter und muss nichts wiederholen. Jetzt Imam Malik hat es aber getrennt. Er sagt, bei der Vergesslichkeit, dann schaut man in Ramadan oder außerhalb Ramadan. Also ist dieses Fasten wajib oder nicht wajib? Wenn es wajib ist, dann musst du es wiederholen. Wenn es aber nicht wajib ist, eine Nafila, dann musst du nicht wiederholen. Inshallah ist jetzt in dieses Thema geklärt. Im nächsten Nachdienst hatten wir auch ein Thema, und zwar diese Kefara mit den drei Tagen und sieben Tagen danach. Das ist nicht wegen des Kürzen der Haare oder so. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Ferse war zu lang und da waren eigentlich zwei Ahkam, zwei Urteile, und deswegen ist das bei mir durcheinander gekommen. Jetzt, dieser Kefara ist wegen dem Hedi. Ein Hedi ist das Opfern eines Viehs. Und das ist aus zwei Gründen. Jetzt will ich nicht in diesen zwei Gründen gehen, weil wir dann in andere Themen reingehen. So, jetzt, wenn man dieses Hedi nicht machen kann, wenn man nicht opfern kann, dann fasstet man diese drei Tage an dem Ort, wo man ist, und die sieben Tage, wenn man zurück zu Hause ist. Und das ist das zweite Thema. Das dritte Thema, und zwar haben wir gehört, dass Imam Malik, Rahimahullah, gesagt hat, Al-Istiharda, der Blutfluss, dass das genauso ist wie die Menstruation. Bei uns ist das nicht so. Bei uns ist die Istiharda, das Blutfluss, das bricht gar nichts. Also man kann weiter fasten, man kann beten, man kann beischlafen, man kann alles machen. Und, inshallah, haben wir dann diese drei Themen geklärt. Jetzt fangen wir mit dem Kapitel 19 an. Die Wiedergutmachung einer Person, welche das Fasten im Ramadan aus Schwäche gebrochen hat. Der Ehlas hat, der Ehlans-Ibn-Malik gesagt hat, bei einer verbalen Neuin-Kabir-Geland und Kibara. Groß. Kabir-Eistavabad oder Daswabad. Hattakan, La-Yakbidruh, على الصchie ami, فkan yafdır. Jahi berichtete mir von Malik, dass er gehört hat, dass eines Ibn Malik die Fasten-Ersatzleistung, auch Söhnezahlung oder Wiedergutmachung, wenn man sein Leben lang nicht fasten kann, bezahlte, als er im hohen Alter war und nicht mehr in der Lage war zu fasten. Ihr müsst auch wissen, dass eines Ibn Malik gehört zu denen, die am längsten gelebt haben, also 100 Jahre ungefähr. Er hat sogar seine Söhne, glaube ich, gesehen, wie sie gestorben sind. Also seine Kinder sind vor ihm gestorben. Malik sagte, ich halte es nicht für eine Pflicht, dies zu tun. Aber was mir gefällt, ist, dass ein Mann fastet, wenn er stark genug dafür ist. Wer eine Entschädigung zahlt, gibt anstelle eines jeden Tages einen Mut an Nahrung. Und Mut ist ein Maß. Heute, also heutzutage, muss man, glaube ich, in Deutschland 10 Euro bezahlen. Auf der nächsten Seite, indem er den Mut des Propheten, Allahs Segen und Frieden, auf ihm verwendet. Wir sagten, zu ihr, bedeutet, wurde gefragt. Also im Passiv. An il mar'ati. Al mar'a ist die Frau. Und zwischen al mar'a und imra'a gibt es, Allah'u'ala, nicht so einen großen Unterschied. Also ich habe den Unterschied gehört, aber der kam mir so ein bisschen komisch vor. Dass eins bestimmt ist, was das andere unbestimmt ist. An il mar'atil hamil. Jetzt hier im Arabischen, das ist was ganz Unglaubliches. Wir haben eigentlich gelernt, dass der Adjektiv eigentlich immer dieses Termalbuta bekommen muss, wenn der Name weiblich ist. Aber hier haben wir nicht gesagt al hamilah. Wir sagten al hamil. Das warum? Weil wer ist eigentlich schwanger? Die Frau. Kann ein Mann schwanger werden? Nein. Und deswegen, weil das bestimmt ist, weil das speziell nur für die Frau ist, haben wir gesagt al hamil. Und nicht al hamilah. Weil es gibt keinen Rajul, der hamil ist. Iza khafet ala waladiha. Washtedde alayhi assiyam. Walad heißt eigentlich auf Agabisch Kind. Also sei es Mädchen oder Junge. Aber heutzutage ist jetzt bekannt, dass man walad für den Jungen meint. Washtedde alayhi assiyam. Qala tuftiru wa tutaimu makana kulli yaum. Miskinan. Muddan min hintatin. Bimuddin nabihi sallallahu alayhi wasallam. Qala malikun. Wa ahlul alaymi ya rauna alayhi al qadaa. Kama qala allahu azza wa jell. Faman kana minkum maridhan aua ala safarin fi addatun min ayyamin ukhar. Wa ya rauna zanika maradan min al amraadi ma ala khawfi ala walidihah. Und berichtet wurde mir von Malik, dass er hörte, dass Abdullah ibn Umar gefragt wurde, was eine schwangere Frau tun soll, wenn das Fasten für sie schwierig wird und die Angst um ihr ungeborenes Kind hat. Er antwortete, sie soll das Fasten brechen und anstelle eines jeden Tages einen armen Menschen einen Mut an Weizen geben. Gemäß dem Mut des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, Allah Segen und Frieden auf ihm. Malik sagte, die Leute des Wissens sind der Ansicht, dass sie jeden Tag des Fastens, den sie versäumt hat, nachholen muss. Genau. So wie Allah, der Allmächtige, der Majestätische, sagt. Und wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine gleiche Anzahl anderer Tage fasten. Daher sind ihre Schwangerschaft und ihre Sorge um ihr Kind als Krankheit zu betrachten. Somit haben wir jetzt gelernt, wenn man danach fasten kann, dann wiederholt man das. Wenn man aber nicht fasten kann und das also jahrelang oder sein ganzes Leben nicht fasten kann, also man weiß, dass man sein ganzes Leben nicht mehr fasten kann, dann bezahlt man eben diese Zahlung. Und dass er das auch wieder bekommt, wenn man rechtliche Allmächtigung auf dem Ruhladen war, dass er einen Möchtigen... von dem Ruhladen war, sich in erster Weise an, dass er ein ganzes Leben ist. Da ist ein Ruhladen war, was ich sage, wenn es er sei, zu einem Saba, hat er herausgelegt, dass er jeden Tag nach dem Ruhladen war, Er sagte, einen Mann, » ein Sweet Ruhladen, weißt, am Ruhladen, und er an ein Begriffen von Ruhladen war, und er das auch für einen Einsthnome, und er hat er komplett in den Ruhladen, Diesen Hadith lesen wir einfach nur. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abdurrahman ibn al-Qasim, dass sein Vater zusammenpflegte, wenn jemand die Tage, an denen er in Ramadan nicht gefastet hat, nachholen muss und dies nicht tut, bevor er der nächste Ramadan eintrifft, weil hier gibt es Ikhtilaf, obwohl er dazu stark genug ist, so sollte er einen Armen mit einer Mut an Nahrung für jeden Tag, den er versäumt hat, speisen. Zudem muss er auch die nicht gefasteten Tage, welche er noch übrig hat, das muss man hier trennen, nachfasten. Yahya berichtete mir von Malik, dass er dasselbe von Sa'id ibn al-Jubayr gehört hat. 20. Kapitel Das hat nachholen nicht gefastete Tage im Ramadan. Haddathen Yahya, an Malik, an Yahya ibn al-Said, an Abiy Salama, ibn al-Abdurrahman, anna hu sami'a Aisha, zau'ja'a nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, ta'kul, in kana la yakunu alayya s-iya min Ramadan, fama astati'u asumuhu, hatta ya'tiya sha'aban. Yahya berichtete mir von Malik, von Yahya ibn al-Said, von Abu Salama ibn al-Abdurrahman, dass er hörte, wie Aisha, die Frau des Propheten, Allah segne und Frieden auf ihm, sagte, ich musste Fastentage vom Ramadan nachholen, und konnte sie erst fasten, als der Monat Sha'aban eintrat. Im nächsten Kapitel, Kapitel 21, das Fasten am Tag des Zweifels. Haddathen Yahya, an Malik, anna hu sami'a Ahle al-Ilmi, yanhauna, yanhauna kommt vom Verb, naha, verbieten. An yusam al-Yum, al-Lazi yusak-u fi-hi min shabban, iza nawa bi-hi, siyama Ramadan, wa yarawna anna ala man sanahu, ala gayri ru'iyatin, thumma jaaath thabatun, anna hu min Ramadan, anna alayhi qadaa, wala yarawna bi-siyamihi, tatawwaan, baksan. Qala Malik, wa-hahza al-Amru عندana, wa-hahza al-Amru indana, wa-hahza al-Amru indana, wa-hahza al-Amru indana. Yahya berichtete mir von Malik, das er von den Leiten, des Wissens gehört hat, als sie den Leuten sagten, dass sie an dem Tag im Shabban nicht fasten sollen. Wenn es Zweifel darüber gibt, darüber, ob es noch Shabban oder schon Ramadan ist. Sofern sie das Fasten des Ramadan beabsichtigen. Sie waren der Meinung, wer an diesem Tag fastet, ohne den Neumond gesehen zu haben, diesen Tag nachholen muss. Bei uns nicht. Also ohne den Neumond gesehen zu haben, diesen Tag nachholen muss. Auch wenn es sich später herausstellt, dass dieser Tag ein Tag des Monats Ramadan war. Bei uns nicht. Sogar wenn du die Niya hast, diesen Tag als Nerfi zu beten, oder als Nerfi zu fasten, wird es automatisch zu Ramadan gezählt. Auch die anderen Tage. Sie sahen nichts Falsches im freiwilligen Fasten an diesem Tag. Sagen wir mal, dieser Tag ist der 30. Und nicht der 1. von Ramadan. Bei uns gibt es auch kein Problem, wenn du das als Nerfi fastest. Aber du sollst den Menschen nicht sagen, oder du sollst es nicht zeigen, dass du diesen Tag fastest, damit die Menschen nicht denken, dass das ein Muss ist. Wenn du dich gewöhnt hast, daran zu fassen. Malik sagte, das ist das, was wir tun. Und was ich die Leute des Wissens in unserer Stadt tun sah. Und Und hier bleiben wir inshallah stehen. und das war also Europa. bei uns Vielen Dank.